hallo diesmal ein video wieder von meinem kleinen gaskocher dieser hat mich so überzeugt auf meinem tisch hat alles super gut geklappt anfangs habe ich gedacht er wackelt oder der topf aber all das ist nicht passiert er steht gut der topf geht auch gut da drauf der wind war auch nicht zu stark also so dass ich konnte perfekt kochen mit dem kleinen gaskocher hier habe ich eine ganz normale gehackstippe gemacht geht schnell und das ist immer lecker ich freue mich schon wenn ich diesen kleinen gaskocher mit auf meine erste bulli tour nehme dieser kleine gaskocher ist wirklich platzsparend der passt in den rucksack rein in jede tasche im auto nimmt da nicht viel platz weg also die die den bei mir gesehen haben waren wirklich alle begeistert mein kauftipp für outdoor cooking die krähe die will immer ans essen ran und mein lenni verhindert das liegt sicherlich an mir ich habe die krähe von anfang an gefüttert als sie noch sehr so sah nun das endresultat aus wie immer lecker den kauf link findest du in der beschreibung schau einfach mal rein vielen dank die krähe von anfang Vielen Dank.